Jetzt aber kommen wir zu einem Mann, von dem wir gerne etwas hören möchten. Ja, und von dem wir schwer begeistert sind. Bon Jovi und Band, die haben was für uns gemacht, was sie bislang noch nie in Deutschland gemacht haben. Sie haben nämlich für uns gesungen, und zwar Unplugged. Da bin ich auf dem Weg zum Interview am Bodensee im Gepäck, das neue Studio to go. Vom Frühstücksfernsehen zu Gast Richie Sambara und Jon Bon Jovi. Am meisten gefällt mir auf eurem neuen Album und das Circle das Lied When We Were Beautiful. Vielleicht wäre das ja möglich, dass ihr ein ganz kurzes Stück daraus für unsere Zuschauer jetzt hier spielt, live. Wenn ihr mögt natürlich nur. Und da würde ich mich riesig freuen, was unglaublich toll ist, der Song. Wenn ihr es möchtet. Vielen Dank für das. Die Welt ist cracked Die sky ist torn Die sky ist Also, When We Were Beautiful vom Album The Circle, vielen Dank. Das war einfach großartig, ganz herzlichen Dank an Bon Jovi. Bon Jovi und auf dem Album The Circle der volle Song und wir haben natürlich auch das Video noch, zeigen wir auch noch. Vielen Dank, thanks for being in the show, Bon Jovi. Exklusive Gitarrenunterricht von Bon Jovi, Mensch, wer bekommt das schon, außer unserem Kollegen Jan Hahn. Aber Sie können auch was haben, denn Sie können diese tolle E-Gitarre jetzt bei Ebay ersteigern. Seit gestern 9.40 Uhr steht sie drin. Es ist eine, Gabi, sag es. Fender Stratocaster. Genau, und da sind alle Unterschriften von Bon Jovi, der Band drauf, inklusive natürlich auch von John Bon Jovi. Und ja, also wir sind total stolz und Sie tun auch noch was Gutes, wenn Sie diese Gitarre ersteigern. Denn Bon Jovi möchte den Erlös, den Opfern des Erdbebens auf Haiti zugute kommen lassen und deswegen kommt das Geld der Hilfsorganisationen, unsere kleinen Brüder und Schwestern zugute. Die werden es dann weiter verteilen an die vielen weißen Kinder in Haiti. Versteigerungsschluss ist am Mittwoch, den 3. Februar um 9.40 Uhr live während der Sendung. Und ja, wie gesagt, also Sie können eine Gitarre von Bon Jovi ersteigern, hallo. Und Sie können auch noch was Gutes tun. Da sollten Sie unbedingt mitmachen. Ich bin auch ganz sicher, da sind Sie schon längst dran. Das sind schon längst dran.